Vier oder fünf. In der Fabrik dort oben. Sperre sind wir ja, Maxime. Wir haben sie aufgefordert, sich zu erleben. Wir geben zwei Trupps über rechts. Ich brauch zwei Mann. Jawohl. Und? Freiwillige? Bartel, Schmidt mit dem Leutnant. Hartmann, das LMG gibt Feuerschutz. Gib Schmidt dein Gewehr, du Kasper. Walter, komm und Wawinski mit mir. Jetzt könnt ihr zeigen, aus welchem Holz ihr geschnitten seid. Ich kann nichts hören. Schmerz, du musst. Marsch. Schmerz, du musst. Los, 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 los. Vielleicht haben wir sie alle erwischt. Oder sie telefonieren gerade noch mit dem müdersten Schaden. Schmerz, du musst. 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 Oh, 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 oh. Schau, schau! Schau, schau! Schau, schau! Schau! Das ist ein Traumat! Das ist ein Traumat! Look at this! Look at this! Look at this! Jesus! Ah! Verdammtes jüdisches Bosch im Glück! Schneider! Schmidt könnte noch leben! Er dreist nicht zusammen! Aber er... Nichts aber! Holst du das M.G. von oben! Jawohl, Herr Leutnant! Wo ist Freitag? Der Sanne versorgt ihn grad! Bringen Sie die Männer zum LKW! Aber er ist einer von diesen Kommissaren! Er wird verhört! Verstanden!